Hi, ich bin Lara und ich komme aus Deutschland. Ich habe gerade eine Tour mit Wild West Charters gemacht in Perth, am Elizabeth Quay. Die Tour geht von West nach Ost-Perth und während der Tour könnt ihr Delfine sehen, Adler und während der längeren Tour, also die längere Tour geht 80 Minuten und die kürzere Tour 40 Minuten und während der längeren Tour fahrt ihr weiter aufs offene Meer raus und dann könnt ihr auch Seedöwen sehen. Ansonsten ist es eine super schöne Tour einfach mal um die Stadt ein bisschen von der anderen Seite aus zu sehen und ich kann es nur sehr empfehlen.